Okay, da hinten haben wir einen Rheinstahl und wir haben einen Schrein. Das heißt, die alten Schreine sind jetzt dann alle verschwunden und durch die ersetzt worden? Oder wo sind die alten Schreine alle hin? Also die normalen auf der Welt. Aha. Okay, ein riesiges Zahnrad. Okay, die Wolken sind auch wieder da. Interessant. Also was heißt, Wolken sind da? Also du siehst jetzt überall, dass hier die Sachen durch die Gegend schweben. Ich frage mich, ob die erst aufgetaucht sind, nachdem sich der Dingens befreit hat. Also ob die praktisch woanders waren, weil es macht ja keinen Sinn, weil die waren ja im ersten Teil nicht da, die Dinger. Wisst ihr, was ich meine? Die hätte jemand sehen müssen ansonsten, dass da was am Himmel schwebt. So, inselmäßig und so. Tatjotas Schrein. Okay, machen wir einen Schrein hier und dann haben wir einen Teleporter. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Cut für heute. Aber auf jeden Fall Blitzschlag. Blitze werden von... Aha. Formen in Balance. Formen in Balance. Okay. 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 Übrigens, witzig, hier drin sehe ich gerade, ähm, verlierst du keine Batterien. Ah! Ein Stachelschild. Okay. Das wollte ich zwar gerade nicht, aber gut. Es ist nicht sehr sexy, aber es funktioniert. Na, okay, gut, wir haben es geschafft. Ich hätte es vielleicht cleverer machen sollen mit dem Zusammenbauen und auch mit dem Schlagen, was anderes verwenden sollen, aber was soll es? Oh, Besucher dieses Mannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Wir lesen es diesmal, das habe ich noch nicht gelesen, die Dinge hier. Sei gelobt dafür, es bisher hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Sehr gut. Segenlicht. Ein Kristall des Lichts. Schön. Möge das Segenlicht dir Kraft schenken. Übrigens, Segenslicht, nicht Segenlicht. Segenslicht. Okay. Gut. Haben wir es auch mal komplett gesehen dann. Wie das bei den normalen Schreinen ist. Hervorragend. Monstertyp Moblins. Moblins und Fleischverschlinge. Aufgrund des Körpermassagieren, Unmengen, Fisch und Fleischverschlingen. Okay. Sehr gut. Stall am Fluss. Ebene von Hyrule. Ich bin ja so aufgeregt. Ich freue mich so sehr auf dieses Rezept, das ich jetzt kaum noch erwarten kann. Du freust dich. Verzeihung, ich war in Gedanken woanders. Manchmal kommt eine Gruppe von Feinschmerkern zu unserem Stall, von der ich immer neue Rezepte lerne. Und das Rezept dieses Mal, sie sollen es von Prinzessin Zelda höchstpersönlich gelernt haben. Ich bin so aufgeregt, dass ich kaum stillstehen kann. So spät am Tag noch bei der Arbeit. Fleißig. Willkommen zu einem Stall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst auslösen kannst. Oh, du hast noch gar keine Stallmitgliedschaft. Unser Stall ist nur im Rahmen der Stallmitgliedschaft bei den Pferdefreunden zugänglich. Du musst dich registrieren, bevor du ihn nutzen kannst. Darf ich dich noch einen Namen fragen? Link. Ausgezeichnet. Gut, wir werden uns dann um deine Registrierung kümmern. Weißt du, wie Ställe funktionieren? Ja, weiß nicht, aber wir fragen trotzdem mal nach. Dann erklär ich es mir immer eben, nur falls sich was geändert hat. Du kannst bei uns Pferde unterbringen, jederzeit von einem beliebigen unserer Ställe wieder mitnehmen. Vielleicht sind wir dir unterwegs schon Wildpferde begegnet. Fang ja eins und bring es hierher. Wenn du uns ein Pferd bringst und es bei uns registrierst, ist es offiziell dein Pferd. Du kannst mehrere Pferde besitzen und sie natürlich auch jederzeit wechseln. Und noch einmal, willkommen in unserem Stall. Wenn du wildes Pferd hemmst und zu uns bringst, kannst du es hier registrieren lassen. Falls du übernachten möchtest, kannst du alles weitere an der Rezeption am Stall besprechen. Also, wie kann ich helfen? Wiedersehen. Wo bin ich noch mal gegangen? Ich habe völlig vergessen, dir zu erklären, wie Stallpunkte funktionieren. Was für ein Ding? Stallpunkte. Ganz genau. Da handelt es sich um ein Prämiensystem für Ställe. Immer wenn du einen Stall nutzt, erhältst du Punkte. Du bekommst Punkte für das Registrieren von Pferden, für Übernachtungen und so weiter. Und zwar in jedem Stall, egal wo. Du bist heute zum ersten Mal hier im Stall am Fluss. Da erhältst du einen Stallpunkt. Stallpunkte-Karte. Wenn du die Dienste eines Stalls nutzt, erhältst du Punkte, die du gegen grandiose Toi-Prämien eintauschen kannst. Punkte bis zur nächsten Prämie 2. Sammle Punkte, um viele großartige Prämien für dich und deine tierischen Begleiter zu halten. Oh. Darin findest du auch alle wichtigen Informationen, zum Beispiel Prämien und die Stall-Satzung. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Okay, das haben sie auch noch erweitert. Holy Crip, die haben wirklich... Das ist mega cool. Die haben wirklich Breath of the Wild genommen und haben gedacht, was können wir noch cooler machen, noch geiler machen, alles mit reinnehmen. So, Stallmitgliedbuch, Prämie halten. Was gibt es denn alles Schönes? Einen Moment, einen Moment. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Wenn du noch zwei Stallpunkte mehr sammelt, dann hältst du ein Geschirr bestens geeignet zum Transport schwerer Objekte, Link. Vielen Dank, dass du es so still nutzt. Okay, lesen. Hierin werden die Mitgliedinformationen aller Personen verzeichnet, die sich für eine Stall-Miet-Satz-Geliedschaft registriert haben. Welchen an möchtest du Punkte ansehen? Stallpunkte von Link, du möchtest noch zwei Punkte das Geschirr zu wechseln. Auf deiner Stallpunkte-Karte kannst du auch sehen, wie viele Stallpunkte du noch bis zur nächsten Prämie benötigst. Satzung. Die Pferde unterstützen ein System durch das Stallmitglied bei jeder Nutzung eines Stalls. Punkte sammeln. Punkte werden beispielsweise durch Übernachtungen oder die Registrierung eines Pferdes gesammelt. Möchtest du noch einen Antrag lesen? Beenden. Achso, warte mal. Satzung. Die Pferde unterstützen ein System durch das Pferd gesammelt. Möchtest du? Okay, das haben wir schon. Okay. Nichts tun. Okay. Ach, den gibt es auch wieder. Hi. Hallo, sind Sie ein Reisender auf dem Pfad des Lebens? Ich auch. Ich bin Terry und die Sorgsage in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete Kleingetier und unentbehrliche Ausrüstung für Reisende auf dem Pfad des Lebens an. Und falls Sie Reisekasse leerst, kaufe ich Ihnen auch Waren ab. Ich mache einen guten Preis für Edelsteine. Oh ja, falls Sie welche haben, verkaufen Sie sie mir nur. Aber nun davon, was kann ich für Sie tun? So, oh wie schade. Freue mich auf den nächsten Besuch. Jawohl. So. Also, mal sehen. Wie sind die heutigen Schlagzeilen beim Kleebad Chlorier? Schlagzeilen. Kälteeinbruch bedroht Orni. Hm. Das Dorf der Orni ist von der Außenwelt abgeschnitten. Es hat Sorge wegen der Nahrungsmittelversorgung. Wie entsetzlich. Dann ist es ja lebensgefährlich, ohne Schutz vor der Kälte zum Dorf der Orni zu reisen. Ich kann die Zeitung erst weglegen, wenn ich jedes einzelne Wort gelesen habe. Die Artikel sind alles gut geschrieben. Okay. Dorf der Orni müssen wir. Irgendwas Interessantes. Kleeblatt Chlorier-Redaktion gegründet. Interessant. Warte mal, ist das Cletus? Das müsste Cletus sein, oder? Der Cletus ist im ehemaligen Stall der Orni eingezogen. Es werden noch Reporter gesucht. Na sowas. Erst Stall, dann Zeitungsredaktion. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Zeiten ändern. Vielleicht sehe ich mir das mal an, wenn ich am Dorf der Orni vorbeikomme. Ich kann die Zeitung erst weglegen, wenn ich jedes gelesen habe. Ich lasse dich lesen. Prima, findest du nicht. Ich kann einfach hier sitzen und mich über die Ereignisse der Welt auf dem Laufenden halten. Deshalb gefällt mir Kleeblatt Chlorier so gut. Vielleicht brauchen sie ja noch Leute. Ich könnte Journalist werden. Okay, Kleeblatt Chlorier ist praktisch dann das, was Cletus vorher war. Klatsch und Tratsch. Die Frage ist nur, ob das Kleeblatt von Cletus geleitet wird. Was ist das denn? In Vorbereitung. Bitte nicht anfassen. Der Stallbesitzer. Oh nein, sag mir nicht, das ist ein Anschlag-Bord für Quests. Oh nein. Was ist das denn hier? Okay, Frage. Wenn ich das jetzt fotografiere... Warte mal, kann ich... Kann ich ja nicht Fotos machen? Album. Okay. Das sind die Dinger, die... Wo Zelda die Fotos gemacht hat. Momentan nicht verwendbar. Okay, unser... Okay. Das neue Android-Pad ist... Auch noch nicht vollständig. Gut. Das müssen wir auch noch upgraden. Weil wir haben aktuell keine... Na, keine Fotofunktion. Zum Schutz meiner Frau. Na gut, um die Informationen, die ich bislang gesagt habe, einmal zusammenzufassen. Das legendäre Schwert, um das sich die Gerüchte ranken, kann jedes Monster bezwingen. Verbirgt sich tatsächlich irgendwo hier in Hyrule. Außerdem ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es an einem Ort liegt, der irgendwas Wälder genannt wird. Huch? Hey, du warte mal kurz. Wie lange bist du schon hier? Könnte es sein, dass du gehörtest, was ich gerade für mich ging, gesagt habe? Legendäres Schwert. Ha, also habe ich belauscht, wie ich es mir dachte. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Das legendäre Schwert, das jedes Monster bezwingen kann, kann sowieso nur vom Außerwelten getragen werden. Der Außerwelte ist sicher kein Schnüffler, sondern eher jemand, der gern einmal ausgeschnüffelt wird. So wie ich. Ha, vor einen Tagen habe ich meine liebe Frau Sorelia zurückgelassen und bin vom Stall am See alleine losgezogen. Ich habe dann diesen Stall erreicht, aber die irgendwas Wälder liegen immer noch in weiter Ferne. Für Schnüffle, ich habe ich deshalb keine Zeit. Ich muss das legendäre Schwert finden. Komme, was da wolle. Die ist alles, meine Frau vor jeglicher Gefahr zu schützen. Oh je, Sorelia wartet sich auf mich. Ganz eins und allein. Ich kann sie quasi vor mir sehen. Ich muss rasch das legendäre Schwert finden und zu ihr zurückkehren. Okay, also ist das legendäre Schwert, ist wieder im Wald der Krogs in den verlorenen Wäldern. Hyrule Tomate. Oh geil, es gibt jetzt Tomaten. Diese Weidfeuble Frucht findet sich sowohl in kaltem als auch warmen Klima. Sie steckt voll in der Stoff und füllt als Kochzutat die Herzen wieder auf. Hervorragend. Okay, auf nach Hyrule. Sehr schön. Also wir müssen die verlorenen Wälder zurück, weil da hat Zelda offenbar das Masterschwert hingebracht. Also lustigerweise, Zelda scheint zu leben. Ich... Aha. Okay. Das sind aber nicht die Türme von damals, das sind andere Türme jetzt. Okay, na ich bin mal echt gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Frage ist übrigens, bewegen, Zoom, wechseln. Ah, okay. Verstehe. Das heißt, wir haben Himmel und Oberfläche. Okay, das heißt, wir können hier dann zwischen dem Himmel wechseln und der Oberfläche. Okay. Okay. Das ist ein Labyrinth. Okay. Eine riesige Eidechse. Okay. Okay. Das... Müsste das Dorf der Zora sein hier. Äh, das müsste das Gerudo-Tal hier sein dann. Das müsste das Dorf der Orni sein. Beziehungsweise, ne, das hier müsste das Dorf der Orni sein. Äh, na schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall, da sind die Küsten hier. Okay. Okay, also ich bin mal gespannt. Die Map ist hier riesengroß. Ähm. Na, schauen wir mal. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde auch gerne nach Kakariko zurück. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, wo Kakariko war. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Schrein. Kann ich den so markieren, ja. Ähm. Ich würde bloß mal markieren, die Schreine, ne? Die ich gerade durch Zufall schon sehe. Wann, das ist auch irgendwas? Das markieren wir auch mal. Okay. Interessant. Ja, dann gucken wir uns hier doch mal ganz entspannt um. Also ich vermute mal, ich muss im Hateno-Institut, äh, das, ähm, das Tablet aktualisieren lassen. Ich würde gerne nach Kakariko gehen. Sofern es Kakariko noch gibt, keine Ahnung. Ähm. Und dann mal gucken. Ich würde auch gerne tatsächlich dann... ...relativ fix... ...versuchen zumindest. Und jetzt... Ich kann hier aber nicht ein Fahrzeug bauen. Was? Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf. Bei Interesse an dem Traumhaus. Das Bauunternehmen Dummster für Sie da. Okay, Dummster gibt's auch noch. Aber warte mal, das Bauunternehmen Dummster... Oh, was ist denn mit dem Biolanda passiert? Oh, wow. Was ist das denn? Ah, das ist die Zitarelle der Zeit. Hier, das ist die Hochebene von Hyrule. Da ist die Zitarelle der Zeit da oben. Okay. So, baue mal ein Fahrzeug. Okay. Das wird mega schief gehen. Äh, okay. Ich baue mal ein Fahrzeug. Und dann machen wir mal Schluss für heute. So. Ich mach's mal total simpel. Das wird bestimmt gut gehen. Okay. Das wird mega episch jetzt ausschauen. Ich weiß es genau. Genau. Ob das funktioniert, ich wage es zu bezweifeln. Ich bin mir sicher, dass man da sowas mit der Achse oder sowas braucht, damit das funktioniert. Nein, braucht man tatsächlich nicht. Okay. Okay. Yay. Der Happy Nato ist einsatzbereit. Für mehr kreative Idee reicht's bei mir nicht. Es ist zweckmäßig. Für mehr reicht's leider nicht. Schön. Ich hab ein Fahrzeug gebaut. Ich bin sehr stolz auf mein Fahrzeug. Das sieht sehr gut aus. Ich finde, ich hab das gut gemacht. Ich hab da... Ich glaub, da hab ich echt, ähm... Warte mal. Ich kann hier sogar Sandsäcke draufpacken, oder was? Ah, die sind Steine. Okay, warte mal. Warte mal. So, wir bauen eine richtig bequeme Pferdekutsche hier. Ah ja. Genau da kleben wir's hin. Ja, genau da kleben wir's hin. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich will's da nicht hin. Ich will's da nicht hin. Ha! Geht doch. Ich will's da nicht hier, oder? Ja. Ja. Bist du vielleicht auf der Suche nach einer Siedlung hier in der Nähe? Dann sollst du zum Spähenposten gehen. Er befindet sich über südlich von Schloss Hyrule. Und er ist leicht zu finden. Sein hoher Turm eignet sich perfekt zur Orientierung. Eins noch. Gib acht, wenn du unterwegs bist. Es streifen gerade sehr viele Monster umher. Okay. Cool. Ich habe ein mega cooles Wägelchen gebaut. Ich bin sehr stolz drauf. Wir haben es nicht so schön hingekriegt wie das hier. Okay, du kannst nur einzelne... Also du kannst nur den oberen Teil... Du kannst das nicht komplett in die Einzelteile zerlegen. Interesting. Also bauen kann man hier glaube ich echt jede Menge. Also wenn es dann mit den Batterien und alles funktioniert und mit diesen Superteilen... Du kannst bestimmt sowas wie ein Helikopter auch bauen dann, oder? Kannst du bestimmt auch ein Helikopter irgendwas bauen dann. Wie auch immer man die dann steuert, keine Ahnung. Aber könnte sich bestimmt nur so eine Drohne einfach bauen, die dann hochfliegt. Interesting. Also ich bin echt gespannt. Ähm... Aber ja... Damit sind wir praktisch... ...in Hyrule angekommen. Die Prinzessin ist lustig, weil sie gar nicht so weit weg sind. Also das müsste hier vermutlich Schloss Hyrule sein. Das heißt, das hier müsste dann... Ich will nur mal grob hingucken, aber das müsste der Grenzposten sein von dem, was die... ... nette Dame gerade erzählt hat. Wir haben da einen Turm auf jeden Fall. Den können wir noch holen. Genau, weil da ist Schloss Hyrule. Und das müsste der Grenzposten dann sein, wo Zelda will, dass wir hinkommen. Warte mal. Oder ist Zelda tatsächlich im Schloss von Hyrule? Oh, nee, kann nicht sein. Wenn ihr das Master-Schwert entgegengenommen. Das heißt, die ist irgendwo und hat das Schwert irgendwo aufbewahrt. Das heißt, die wird in diesem Grenzposten da sein. Also, die wird hier unten irgendwo sein, weil das war, glaube ich, das Dingens, wo wir hin mussten. Ja, aber das machen wir das nächste Mal. Äh, ich bin zuversichtlich. Auf jeden Fall... Was ist das da? Ich habe immer noch kein Parasegel. Was ist das eigentlich hier? Da ist ja auch ein Schrein. Okay, also du hast überall Versorgungsdinge mit Baumaterial. Hier hast du offensichtlich sogar Steine. Die man nicht verwenden kann. Materialdumpf für Wiederaufbauzwege. Gebilden Sie sich bei der Draft. Bei Interesse einem Traumhaus ist die Bauernlumpster für Sie da. Okay. Also kannst du echt alles Mögliche bauen. Gut. Dann machen wir den Schrein das nächste Mal. Ich stelle mich hier hin, dass ich den noch sehe. Und dann würde ich sagen, lauf mal zu dem Außenposten. Laufen ein paar Türmchen ab. Der Todesberg sieht wieder mega gut aus. Ja, den werden wir wohl wieder reinigen müssen. Ich frage mich auch, wo die... Also das ist so ein Ding ins... Du hattest ja früher dann die... Oder du hattest die Türme von den Schieker da und die Schreine. Jetzt hast du hier die Ausposten. Aber der viel spannende Punkt ist... Wo sind auch die Titanen zum Beispiel hin? Die sind ja auch weg. Naja, schau mal. Das war es auf jeden Fall für diese Session. Für YouTube ist der Cut. Leben noch fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und ja. Willkommen bei Runde 2 in Hyrule. Ich freue mich sehr. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.